Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ziehen wir die Gewinner des Chainmail Giveaways. Es waren ja fünf Stück zu gewinnen und zwar waren alle in FN und das ganze lief über Glam.io bzw. über diese Giveaway Websites, kennt ja jeder von euch. Und da ziehen wir jetzt die Gewinner. Ich kann einzeln oder alle. Ich mach gleich alle. Für die war es halt jetzt nicht gewinnen. Ihr seid nicht mehr jetzt, weil wir haben ja die 600 Abonnenten geknackt. Da wird im Laufe der Woche das nächste Giveaway kommen, als Special sozusagen. Und hier sind dann auch schon die fünf Gewinner. Alfonso Goncalves ist Nummer eins. Jonathan Jenkins ist die Nummer zwei. Jans Igel ist die Nummer drei. Ich glaube, der Boy hat schon irgendwann mal bei mir gewonnen, aber das ist schon etwas länger her. Aljaniv die Nummer vier. Und Knoll... was? Knofi. E.T. Also wie YouTube schätze ich mal. Ist die Nummer fünf. Also GZ an euch. Ich werde euch jetzt dann die... Wieso sag ich Peter 50? Die P2.000 im Laufe des Tages Opfern. Beziehungsweise euch kontaktieren. Und ja, ging eigentlich schneller als ich erwartet hatte. Und sag ich ja auch gleich. Also wie gesagt, im Laufe der Woche kommt dann das nächste Giveaway. Ich weiß zwar noch nicht, was der Preis ist. Aber wegen den 600 Abonnenten soll es Dankeschön an euch. Sozusagen. Und ansonsten lasst mir halt einen Daumen nach oben da. Es würde mich freuen und hilft mir momentan echt sehr weiter. Und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ansonsten sage ich auch dann tschau und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.